Hallo und herzlich willkommen zu 7 Tage Deutschland. Jeden Montag gebe ich euch die Wochen Vorschau, was in den nächsten Tagen in der deutschen Geschichte passieren wird. Die Jahrestage, Feiertage, Trauertage und hoffentlich nichts, was ihr schon wisst. Fangen wir an. Heute Montag, der 19. Oktober. An diesem Tag im Jahr 1959 eröffnet eine der ersten Diskotheken überhaupt weltweit. Und das nicht in Berlin oder in New York, sondern in Aachen. Der Scotch Club war ein Tanzlokal, das schon länger nicht mehr so gut lief. Und der Besitzer hatte sich entschieden, die Liveband durch Schallplattenmusik zu ersetzen. Das kam beim Publikum nicht gut an. Ihnen fehlte total die Show, sie fanden es ganz ein bisschen tot. Aber es war sensationell genug, dass am nächsten Tag ein junger Reporter vorbeikam, nämlich Klaus Quirin. Und er hat dort dann einfach spontan die Moderation des Plattenauflegens übernommen. Und er hat lockere Ansagen, so im Stil der damaligen Rockradio-Moderatoren gemacht. Das kam sehr, sehr gut beim Publikum an und hat auf Jahrzehnte eigentlich bis heute den Stil von DJs in Diskotheken geprägt. Er war damit einer der ersten deutschen DJs. Der Club ging deutlich aufwärts und konnte sich später sogar wieder Live-Auftritte leisten. Und war Sprungbrett für unter anderem die Karriere von Peter Maffay. Dienstag, der 20. Oktober. An diesem Tag im Jahr 1946 gibt es auf dem Gebiet der DDR und zum letzten Mal für ganz Berlin die einzigen freien Wahlen. Zumindest bis zur Wiedervereinigung. Wobei freie Wahlen ist schon ein bisschen groß gesagt. Denn im April desselben Jahres hatte man bereits SPD und KPD, zwar SED, zwangsvereinigt, weil man die Konkurrenz der SPD fürchtete. Und die anderen Parteien waren, wenn sie nicht sogar direkt, sozusagen mehr oder weniger Unterorganisationen der SED waren, zumindest stark unter Druck der sowjetischen Besatzungsmacht. Dennoch gelang es der SED nicht, in einem einzigen Land oder in Berlin über die 50-Prozent-Hürde zu kommen. Meistens blieben sie knapp drunter. Selbst wenn sie knapp drüber gekommen wären, wäre es immer noch ein peinliches Ergebnis für die SED mit ihrem Führungs- und Allmachtsanspruch gewesen. In Berlin, wo man sogar noch die SPD unabhängig wählen konnte, schaffte es die SED nicht mal auf den ersten Platz. Unter anderem wegen diesen Wahlergebnissen wird es in der DDR selbst keine freien Wahlen, selbst so freie Wahlen geben. Denn man wird mit einer Einheitsliste, die vorher ausgeklüngelt ist, unter SED-Führung antreten, der man nur noch zustimmen kann. Mittwoch, der 21. Oktober. An diesem Tag im Jahr 1872 endet der seit 13 Jahren schwelende Schweinekonflikt zwischen Großbritannien und den USA. Es geht um die San Juan-Inseln in der Nähe von Vancouver, die im Oregon-Treaty nicht endgültig auf die eine oder andere Seite geschlagen wurden. Das Ganze heißt Schweinekonflikt, weil das einzige Todesopfer ein Schwein ist, das 1859 von einem amerikanischen Bauern erschossen wird, aber einem Briten gehört. Und die Frage ist, war es auf dessen Land oder nicht? Und das wird zu einer internationalen Sache. Was hat jetzt Deutschland damit zu tun? Nun, Großbritannien und die USA stehen dort mehr oder weniger 13 Jahre lang kurz vor dem Krieg mit gegenseitigen Säbelrassen, Truppenaufmärschen und so weiter. 1872 finden sie endlich eine Person, auf die sich beide Länder einigen können, als einen neutralen Schiedsrichter. Kaiser Wilhelm I. Und Kaiser Wilhelm I. entscheidet sich, nachdem er das Ganze von einer Kommission hat prüfen lassen, für die USA. Donnerstag, der 22. Oktober. An diesem Tag im Jahr 1946 startet in der DDR die sogenannte Operation Ossowakim. Sie ist so das Gegenstück der amerikanischen Operation Paperclip. Obwohl man in der Operation Paperclip deutsche Spezialisten aus dem Dritten Reich mit Geld und vor allem mit Amnestie in die USA geholt hat, werden im Fall der Operation Ossowakim die Spezialisten rund zweieinhalbtausend Stück schlichtweg aus der sowjetischen Besatzungszone entführt. Entführt teilweise mit ihren Familien. Sie müssen dann mehrere Jahre lang in der Sowjetunion dabei helfen, Militär und Wirtschaft weiterzuentwickeln. Dabei kommen auch verschiedene militärische Modelle raus, wie zum Beispiel dieser Bomber-Prototyp, der auf einem älteren Junkers-Modell beruht. Freitag, der 23. Oktober. An diesem Tag im Jahr 1955 findet die zweite Saarabstimmung statt. Das Saargebiet, mehr oder weniger die Grenze des heutigen Saarlandes, wurde bereits nach dem Ersten Weltkrieg zum ersten Mal definiert und aus dem Deutschen Reich herausgelöst und dann 1935 in der ersten Saarabstimmung wieder zurück nach Deutschland gegeben. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man mehr oder weniger dieselbe Fläche dann als Saarland zu einem mehr oder weniger autonomen Staat unter französischer Vorherrschaft gemacht. Dieser Staat war ein Zankapfel zwischen Deutschland und Frankreich in den frühen Nachkriegsjahren. Und in den Pariser Verträgen, die man genau an diesem Tag ein Jahr vorher unterzeichnet hat, hatte man unter anderem das sogenannte Saarstatut beschlossen. Dort wollte man als Kompromisslösung das Saarland zu einem europäischen Territorium machen. Das Land sollte sozusagen den jetzt langsam im Entstehen seienden Organisationen, ja mehr oder weniger von dem, was heute die Europäische Union ist, werden. Und Saarbrücken sollte die Hauptstadt und der Sitz dieser ganzen Institutionen werden. Man ist damals eigentlich von allen Seiten, selbst von den Leuten, die dagegen waren, davon ausgegangen, dass die Saarländer das in einer Volksabstimmung natürlich gut heißen werden. Die Saarländer überraschten die Welt aber. Bei einer Wahlbeteiligung von fast 98 Prozent stimmten die Saarländer mit 67 Prozent gegen das Saarstatut. Damit hatte erstmal niemand gerechnet. Man hat ein bisschen rumüberlegt und dann ein Jahr später den Vertrag von Luxemburg ratifiziert, indem man das Ganze so interpretiert hat, dass sich die Saarländer tatsächlich für Deutschland entschieden hatten. Und so wurde das Saarland am 1. Januar 1957 das neueste der alten Bundesländer. Samstag, der 24. Oktober. An diesem Tag im Jahr 1862 gibt es einen Putsch gegen den König von Griechenland. Warum erzähle ich das? Hier, wo es doch eigentlich um deutsche Geschichte gehen soll. Na, der König von Griechenland ist König Otto I., ein Prinz von Bayern aus dem Haus Wittelsbach. 1832 hatte man dem noch sehr, sehr jungen, gerade frisch unabhängigen Griechenland nach langer internationaler Suche diesen Prinzen als König gegeben. Und er hatte zunächst ziemlich absolut geherrscht. Allerdings auch fast ausschließlich mit der Hilfe von deutschen Ministern, Beamten und Soldaten. Die Griechen fanden das nicht witzig. Und 1844 hatte der öffentliche Druck ihn schon dazu gezwungen, eine Verfassung zu unterschreiben, die das Ganze zu einer konstitutionellen Monarchie machte. Und es sind auch zunehmend Griechen in die Regierung Griechenlands gekommen. 1862 ist das Fass dann übergelaufen. Es kam zu einem zweiten und schließlich erfolgreichen Putschversuch gegen Otto. Er ging dann ins Exil in Bamberg, wo bis zu seinem Tod alle Bediensteten immer noch griechische Kleidung tragen mussten. Sonntag, der 25. Oktober. An diesem Tag im Jahr 1983 tritt Udo Lindenberg zum ersten und einzigen Mal in der DDR im Palast der Republik auf. Er hatte schon mehrere Jahre versucht, eine Auftrittsgenehmigung in der DDR zu kriegen. Und sein Lied Sonderzug nach Pankow war nur eine Form davon. Es war tatsächlich nicht dieses Lied, das die DDR dazu gebracht hat, ihm den Auftritt zu erlauben, sondern sein Engagement in der Friedensbewegung. Die Friedensbewegung in der DDR hatte man unterdrückt, aber die im Westen fand man natürlich sehr, sehr gut und hat versucht, sie gegen die NATO zu instrumentalisieren. Dementsprechend stand das Konzert dann auch unter dem Motto Konzert für den Frieden weg mit dem NATO-Raketenbeschluss. Im Publikum saßen allerdings etwas über 4000 handausgewählte FDJ-Mitglieder und nicht zwingend echte Udo Lindenberg-Fans. Die meisten von denen standen draußen und versuchten irgendwie, einen Blick auf ihr Idol zu erarschen. Das war's von mir. Was feiert ihr in dieser Woche an? Wen denkt ihr, was war in eurer Vergangenheit los? Schreibt's in die Kommentare. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann drückt Gefällt mir, kommentiert, abonniert und vor allem teilt's mit euren Freunden.